Viele Hunde sind ängstlich, wenn sie etwas Neues ausprobieren. Deshalb ist es wichtig, dass sich ihr Vierbeiner mit unserer Rampe wohlfühlt, bevor er sie benutzt. Futter ist ein großartiges Motivationsmittel. Daher ist die Verwendung von Leckerlis die beste Option. Legen Sie die Treppe zunächst an einem sicheren Ort flach hin. Legen Sie die Leckerlis um die Rampe herum, damit Ihr Hund weiß, dass sie nicht gefährlich ist. Ermutigen Sie Ihren Hund mit Leckerlis, seine Pfoten auf die Rampe zu setzen. Erlauben Sie Ihrem Liebling, das Tempo selbst zu bestimmen. Nehmen Sie ihn nicht hoch und setzen Sie ihn nicht auf die Rampe. Loben Sie Ihren Hund ausgiebig und geben Sie ihm Leckerlis, wenn er sich daran gewöhnt hat, auf der Rampe hin und her zu laufen. Sobald Ihr Hund sich wohlfühlt, stellen Sie die Rampe in eine aufrechte Position. Verwenden Sie weiterhin Leckerlis als Motivation. Wenn Ihr Hund im Kofferraum des Autos sitzt, rufen Sie ihn zu sich. Er sollte den einfachsten und bequemsten Weg nehmen, nämlich die Rampe hinunter. Üben Sie dies viele Male. Sobald Ihr Hund die Rampe konsequent benutzt, entfernen Sie sich weiter und rufen Sie ihn erneut. Loben Sie ihn ausgiebig und schon bald wird Ihr Hund die Rampe alleine klimmen können.